...dich auszuschlampe und kalt mir ein. Ha ha, all dem hab ich wirklich mal eingegangen, so richtig geschenkt im Sticker. Aha, ich anerstehe das, du kommst ja an, bist auch ein bisschen jung, sonst würde ich... Ja, total nett, total nett, was findest du also, Leute, dass du hier in meinem Studio bist, ganz ehrlich gesagt. Du hieß die, du bist richtig jung, wir wissen alle, wie du später bestimmt aussehen wirst, richtig ein kleiner Schafenstack. Also, sorry, Leute, wenn du dir sagst... Ja, ich kann mir vorstellen, dass ich später eine richtig geile Bikini-Figur... Ich hab schon Aufnahmen gesehen von mir selbst aus der Zukunft, ich weiß gar nicht, wie das geht. Jerry war bei mir gestern und hat gesagt, guck mal, so wirst du aussehen, du kleine... Das muss ja ein Computerprogramm sein, oder warum kann ich mich im weißen Bikini sehen? Ziemlich aktuelles Ding. Und er hat gesagt, ich käule mir jeden Tag ein auf dich, aber nicht in deinem Mulder, sondern auf die zukünftige kleine Ärmsten. Und ich hab gesagt, Jerry, zeig mal deinen Sticker und ich hab ihm gleich schön eingeblut. Du hast immer so einen geblut, den kleinen Jerry Bander, sie kannst du dir richtig vorstellen, ne? Hol dir den raus und schmierige Stück Scheiße und du blowst ihm richtig schön stabil. Was bist du für einen kleinen Schlager? Haha, 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 haha.